Ja, und dann sind wir auch schon bei der Channelstrip-Library, also die Channelstrip-Library, die beinhaltet viele verschiedene Plugin-Chains für alle verschiedenen Arten von Audio-Material und der größte Vorteil davon ist, dass sie super einfach zu laden sind und dir wirklich super viel Zeit ersparen und ich zeige euch das jetzt mal. Hier zum Beispiel haben wir ein Lead-Vocal und da will ich ein bisschen ein paar Plugins drauf haben. So, also navigiere ich hier eben oben zu Mixed-Temple-Pro, zu Vocals und jetzt zum Beispiel kann ich hier auswählen zwischen den verschiedenen Herstellern. Für jetzt erstmal möchte ich hier ein Waves-Channelstrip laden, Lead-Vocals-Mail, klingt gut. Zack, ganze Channelstrip ist da. Natürlich im ersten Slot wieder unser Gainer, falls unser Gain-Staging ein bisschen off ist, kann man einfach ganz einfach nachjustieren. Danach ein Logic-EQ, einfach um Slow-End zu filtern. Und dann fängt schon unser Waves-Processing an, mit einem De-Esser, um De-Esser zu kontrollieren. Als erster EQ haben wir dann hier ein Full-Tec-MeQ. Der geht in einen Fairchild-Kompressor, damit können wir wirklich schön das Low-End formen und schön Wärme hinzufügen zu dem Vocal. Unser Haupt-EQ ist hier ein SSL-EQ, oder ein SSL-Channel, besser gesagt. Mit dem kriegt man das Vocal wirklich sehr schön vor dein Gesicht. Schön hell, kann man schön die Mitten mitgestalten. Und der geht in einen 1176er danach, um einfach nochmal ein bisschen Charakter und ein bisschen Aggression hinzuzufügen. Als letztes Plugin haben wir dann hier nochmal einen Pull-Tec-EQ-P-EQ. Das ist eher ein sehr grobbandiger EQ, hat Tiefen und Höhen. Und da kann man quasi das ganze Vocal nochmal ein bisschen kippen, ein bisschen dunkler machen oder ein bisschen heller machen. Je nachdem, wie es dann eben in den Mix passt. Ja, und wie gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Chain nicht zufrieden bin oder vielleicht mal was anderes ausprobieren möchte, ganz einfach, gehe ich hier wieder in den Ordner, Mix-Tremple-Pro, Vocals, Lead-Vocals. Und zum Beispiel möchte ich jetzt mal nur mit Logic-Intern-Plugins arbeiten. Das ist auch ganz einfach. Da lade ich einfach die im Ordner Logic-Pro-X, das Channel-Strip. Und zack, hier habe ich quasi die gleiche Vocal-Chain, aber diesmal mit Logic-Stock-Plugins. Das ist ein De-Esser, Full-Tech-EQs in einen optischen Kompressor. Das ist so ein LA-2-mäßiges Ding. Dann haben wir hier ein Neve-EQ. Für die Mitten quasi. Und danach auch unsere 1176er-Emulation von Logic. Und am Ende können wir dann eben noch einen grafischen EQ fürs Fein-Tuning verwenden. Also wie ihr seht, da geht auch wirklich mit Logic-Stock-Plugins richtig, richtig viel. Und wir haben natürlich auch Channel-Strips für alle anderen Hersteller. IZotope, Native Instruments, SSL-Native und so weiter. Also, und das ist halt echt ein Riesenvorteil, dass man hier super schnell die Channel-Strips laden kann, ohne jetzt wirklich acht Plugins hintereinander zu laden. Sondern ich lade den Channel-Strip und kann direkt anfangen, die Plugins zu öffnen und zu tunen. Die Frequenzen sind auch schon sehr gut eingestellt und ich kann wirklich direkt gucken, ob es funktioniert und direkt an den Knöpfen drehen. Also da spart man sich sehr viel kreative Zeit, die man halt sonst damit verbringen würde, eben Plugins zu laden und hin und her zu schieben und sowas. Also das ist ein großer Vorteil von der Library, die mitkommt.